Neben Lebensmittelhilfe und Wasserversorgung leistet Islamic Relief auch Unterstützung für Bedürftige, deren Alltag durch Krankheiten erschwert ist. Zum Beispiel im Helwan Rehabilitationszentrum in Kairo, wo Islamic Relief sich für die Therapie von behinderten Kindern einsetzt. Indem Islamic Relief die Lebensqualität der Kinder und ihrer Familien verbessert, helfen wir den Kindern bei der Teilhabe an der Gesellschaft. Mit 119 Euro können Sie die Betreuung eines benachteiligten Kindes für ein Jahr finanzieren. Spenden Sie jetzt! Islamic Relief – gemeinsam für eine bessere Zukunft.